Willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar habe ich mir überlegt dass wir uns heute zusammen ein Fußballspiel anschauen beziehungsweise eine Zusammenfassung und das ganze habe ich hier auch schon rausgesucht also wie immer ist der Video Link sowieso in der Beschreibung verlinkt und ja wir schauen uns heute ein Spiel an in dem Ronaldo vs Bologna zusammengefasst wurde ja das Video wurde auch am 12.01. hochgeladen ich glaube das Spiel war auch am 12.01. er saß als erstes nur auf der Bank und wurde dann eingewechselt jetzt würde ich mal sagen schauen wir uns das ganze dann an was ich vorab schon sagen kann also ich bin auf jeden fall Ronaldo Fan aber das war sein schlechtes Spiel was er jemals gespielt hat da bin ich mir sicher also jetzt hier in der 61. Minute wurde er eingewechselt Jube in diesen grauen Trikot hier sein erster misslungener Trick zeige ich jetzt mal der definitiv in die Hose gegangen ist wo er auch den Ball verloren hat hier genau dasselbe Spiel schon der zweite Ballverlust hier nach seiner Ballannahme auch direkt wieder den Ball verloren kennt man so von ihm eigentlich nicht hier hat sich hier hat sich ich hier nur seine eigene Ballannahme, schnappelt über den Ball und kann so auch nicht aufs Tor schießen ja dann schmeißt er sich im Endeffekt auch noch hin 3.5 Uhr 1.5 Uhr 3.5 Uhr 5.5 Uhr 5.5 Uhr 1.5 Uhr Gehe auch Fehlpassfeeder von Ronaldo. Direkt in die Füße vom Gegenspieler. Auch hier kein gelungener Abschluss von ihm. Der auch nicht zum Tor führte. So, das war es auch schon vom Spiel. Als in allem hatte er viele, viele, viele Ballverluste gehabt und zum Tor ist dann auch nicht gekommen. Ich sage mal so, das kann er auf jeden Fall besser. Schauen wir uns mal die Kommentare an. Ich bin ein Hutsch-Fan. Das ist eine der schlimmsten Ergebnisse seiner Karriere. Eine der schlechtesten Ergebnisse seiner Karriere. Kommentiert jemand. Habe ich auch schon geliked? Ich weiß nicht, warum, aber er sieht aus, als ob er nicht für ein paar Monate trainiert hätte. Also nicht mehr Fußball gespielt hätte. Ball-Control ist pur. Ja. Also man sieht hier auch nur negative Kommentare. Selbst von Ronaldo-Fans. War auf jeden Fall ein schlechtes Spiel. Er hat es auf jeden Fall mit Humor genommen und ist da auch mit dem Lächeln vom Platz gelaufen. Juventus hat auch gewonnen. Und ja. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020